Was ist die Antarktis? Also rund um die Antarktis herum zieht eine kreisförmige Meereströmung. Das ist einzigartig, das gibt es sonst nie auf der Welt in so einer Dimension. Und diese Meereströmung sorgt dafür, dass das kalte Wasser dort bleibt, weil es immer im Kreis herum geht. Darum ist die Antarktis auch ein eiskaltes Gebiet. Die Meereströmung ist nicht immer rund um die Antarktis herum. In den Erdzeiten war das Klima viel wärmer als jetzt. Jetzt sorgt die kalte Temperatur von beiden Polen, also nicht nur von der Antarktis, und die warmen Tropengebiete, die Wärmedifferenzen, sorgen dafür, dass Luftmassen strömen und zwar von den Polen Richtung Äquator zu. Und es gibt diverse Windgürtel. Und eine davon, die die Meereströmung so antreibt, ist die sogenannte Westwinddrift. Und die ist im untersten Drittel der Erdkugel besonders heftig. Also vom 40., 50. und 60. Breitengrad an ist das sehr rabiat, was dort an den Wind verstanden geht. Also man nennt es ja auch ... Die Breitengrade haben eine so englische Bezeichnung, die Screaming Sixties oder die Roaring Forties und so weiter. Das ist also sehr berühmt worden. Früher, als man noch vor allem mit Segelschiffen unterwegs war, hat man das auch ausgenutzt, dass die Meeresströmungen und die Winde zusammen einen eben von West nach Ost schneller um die Erde herumbringen, wenn man in der Nähe von den Polen ist, als in die andere Richtung herum. Also man ist zum Beispiel früher, wenn man nach Australien hätte wollen, lieber den Atlantik südwärts gefahren und dann um Afrika herum und ist dann in die Westwinddrift hineingekommen, Richtung Australien, als um Kap Horn herum. Weil das wäre dann gegen den Wind gewesen.